Herzlich willkommen zu Präpositionen mit Akkusativ Teil 3. Im ersten Teil hast du den Song gelernt. Im zweiten Teil die Formen. Wenn du den Song oder die Formen nicht mehr kennst, schaue bitte Video 1 und 2 an. Jetzt kommen die Beispiele. Das ist Lisa. Sie spielt Tennis. Sie joggt durch den Wald. Der Wald. Und im Akkusativ den. Sie joggt durch den Wald. Das hier ist der Tennisball und der Tennisschläger. Ohne den Tennisball und den Tennisschläger kann sie nicht spielen. Without the tennisball and the record, she can't play. Sie spielt heute um 5 Uhr gegen ihren Freund Felix. ihren ist ein Possessivartikel und hat auch die Endung e-n. Es gibt ein Video von mir zu den Possessivartikeln. Sie funktionieren wie die Artikel. Sie trainiert für ein großes Tennisturnier. Tennis-Turnier ist Neutrum, das Tennisturnier. Akkusativ ein. Sie trainiert für ein großes Tennisturnier. Alex ist traurig. Er hat alles für seine Freundin Tanja gemacht. Tanja und Tim spazieren durch den Park. Der Park ist maskulin. Sie spazieren durch den Park ohne ihn, ohne Alex. Sie gehen um 8 Uhr ins Kino. Der Film heißt in 80 Tagen um die Welt von Jules Verne. Vielleicht kennst du das Buch oder den Film. Hast du Fragen? Schreibe mir unter dem Video. Ich freue mich. Im nächsten Teil gibt es die Übungen. Und nicht vergessen, so don't forget, Du findest alles auf meiner Internetseite auch als PDF. So get the free PDF from my blog. So, wir freuen uns über alle, alle Feedbacks und Kommentare von dir. Viel Erfolg beim Deutsch lernen. So, I wish you a lot of success. Yeah, keep going. Don't give up. It's difficult, but you'll do it. Vielen Dank. Bis bald. Und tschüss.